hallo hallo mein name ist die frau bürger scherzer von der firma cura blue ist in der herribert otter zu sprechen ja aber einen kleinen moment bitte natürlich ja einen schönen guten tag mein name ist die frau bürger scherzer von der firma cura blue hallo mein name ist die frau bürger scherzer von der firma cura blue spreche ich mit der herribert otter ja otter ist an telefonen wie kann ich ihm weiterhelfen herr otter schufe an weil sie sich für das kostenlose produkt zur unterstützung der häuslichen pflege interessieren und uns erlaubt haben sie zu dem thema telefonisch zu informieren ja was ist mit den telefon mit dem telefon ist alles gut sie haben sie ist ja meine einzige quelle zu außenwelt richtig und die haben uns hier angerufen damit dass wir für das kostenlose produkt zur unterstützung der häuslichen pflege interessieren ja und wie uns ja und haben sie uns erlaubt sie anzurufen was möchten sie mir jetzt bitte sagen ist es aktuell dass sie nur eine person mit pflegegrad pflegen ja oder sind sie selber das im prinzip ja beides wenn man das so will also der der sich passiert im prinzip auf meine frau die brunhilde auf und der dimitri mit denen sie gerade gesprochen haben der hilft mir so ein bisschen das ist im prinzip so eine volksgemeinschaft das hört man doch gerne ja ja und dann müssen wir auch dass ihnen pflegemittel seit januar im wert von 40 euro zu stehen das bedeutet sonst das ist ein das ist das den kostenlosen anspruch auf pflegemittel wie einmalhandschuhe desinfektionsmittel mundschutz flächendesinfektion schutzschürzen und bettschutzeinlagen zu stehen ja und so sachen wie pfefferspray und was man da halt so alles braucht das ist da auch mit sinnen dann weiß ich nicht ob das damit drin ist ja aber anhand schuhe sind immer sehr gutes wenn ich mal so eine langeweile periode habe wenn das telefon mal nicht klingelt dann dass das mag mein enkel so dann puste ich das auf und dann mal ich da lustige gesichter drauf super ja wenn sie das möchten schicken wir ihnen einmal pro monat eine der boxen zu ja mit die handschuhe und alles mit monschutz das tolle ist das geben wir alles wir können alles zusammen machen somit dass sie in kürze ihre erste kura blue box nach hause bekommen ohne laufereien schriftwechsel mit der pflegekasse wir klären das alles was bekomme ich von ihnen was fürs mit kora sie kann bekommen von uns von kura blue eine pflege hilfs box mittel ist das von der kora badner die hier wohnt statt von der ich nicht keine ahnung sie sind von kura blue wir haben diese pflege boxen die handschuhe drin sind der mundschutz alles drum und dran wenn sie möchten können wir das jetzt fertig machen dann kriegen sie das alles in einem brief nach hause ja weil es ja so eine box handschuhe die passt ja im prinzip ja nicht in so ein brief rein oder haben sie dann ein bisschen was sie kommen ach so in dem in dem schreiben kommt nur dass der brief rein ja quatsch was ich mit ihnen gesprochen was ich mit ihnen ausfülle es kommt quasi ein brief und da ist ein paket sind und da wird das dann alles sein in dem brief ist ein zettel drin ja das können sie alles noch mal durchlesen und dann ist ja noch bei dem zettel in dem brief ist das paket mit denen nein das paket kommt extra einen brief erst kriegen sie einen brief wo sie alles noch mal lesen können und dann schicken sie den und zurück ja müssen sie bloß unterschreiben und dann kommt die box zu ihnen nach hause wenn die pflegekasse das genehmigt ja die müssen da erst doch der sechere ist ja wir machen das alles fertig und schicken dass wenn man das zurückkam an die pflegekasse zurück ja und die kontrollierten alles normal und dann geht das raus und dann rufen wir noch mal an ob sie alles bekommen haben ja und als das garantie auf den produkten weil ich hab da sagt man schon diverse sachen erworben und es als sehr mindere qualität gewesen also wie gesagt das sind alles so schöne boxen die zur pflege mit zu dabei sind das das muss ja im prinzip nicht schön sein bei so sachen ist mir die ja doch irgendwo die funktionalität lieb wichtiger weil wenn ich habe jetzt das problem mit den aktuellen handschuhen die habe ich ja im prinzip hier da in der in der straße da bei der kirche dabei ein drogeriemarkt gekauft und damit nicht vergleichen ja die habe ich ja dann im prinzip aufgepustet aber da hält die farbe gar nicht drauf und das sind ja und was sind ihre dann ist das kein kein latex material warten sie mal ich guck mal nach kein moment was das für material ist da kommt mir noch gar keine frage ich muss das leben und deutlicher informiert habe was denn genau zu tun ist unter welchen konditionen da musste ich eine haftstrafe antreten ach jene ist ein handschuhe aus aus finil das sind doch die schallplatten daraus gewesen das weiß ich nicht das ist eine vollständige glatte oberfläche ein abschließbaren rollrand sie sind latex frei und somit für alle menschen mit einer latex allergie geeignet es ist das im prinzip ja aus dem material wo die schallplatten draus sind oder waren kann ich ja mal gucken was passiert wenn ich so ein handschuhe in den plattenspiechler rein lege es wäre ja durchaus eine interessante komposition vielleicht hätte ich ja noch berühmt auf meine alten tage aber ich war stehen geblieben bei den raubüberfall da ist das ja so gewesen da sagen die der ribert das war schon so ein kleiner inder der hier in der nachbarschaft mal gewohnt hat aber der sitzt immer noch und da hat er gesagt ist du musst mich um meinen sohn kannst du uns heute nacht abholen weil wir wollen diese prinzipien so eine feierlichkeit durchführen und dann habe ich die abgeholt dieser das ganz eilig da dachte ich gut die haben zu viel getrunken die wolle nach hause und unterwegs haben die uns dann mit so nagelgurt aufgehalten da haben die sonnen wie nennt man das nicht bibliothek sondern 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 wie heißt ich nein so dieses wo man das geld da in die automaten rein wirft spiel casino das spielte kann die im prinzip überfallen und dann bin ich ja gewisser weise mittäter gewesen versehentlicher weise weil ich die ja weggefahren habe verstehen sie und er ist das ja immer sehr wichtig sich da mal genauer zu informieren ich habe da auch immer solche probleme mit den postboten weil ich will das ja immer lesen was der da hat und ich sage jemand könnte sie bitte einfach unterschreiben da sage ich nein wenn jetzt die polizei wiederkommen das ist ja schon traumatische erfahrung gewesen richtig ja seit dem ist das auch schwierig mit aus dem haus gehen ich habe mir so ein teleskop besorgt im prinzip sie denn da kann ich da mal rüber gucken ich bin ja sternen links außen können sie mir die koordinaten geben ich bin ja im prinzip ich bin ja im prinzip damals sei mal astrophysiker gewesen also da habe ich keine ahnung von sie kennen sie nicht die theorie der globalen abkühlung nö das ist doch immer durch die medien gegangen wegen den ganzen verschwörungstheorien die da behandelt wurden da ging es ja im prinzip um den drachenlord und dass der da im prinzip an allen ja schuld ist wegen wegen dem brügel die da denen immer androht haben sie das nicht verfolgt seiner zeit also das hätte er sein können dass das dass sie da interessiert sind auf den gebiet nein da bin ich nicht fertig machen ja soll ich ihnen dann auch aufs handschuh schon bild malen das können sie auch mal ich brauche aber erst mal ihr geburtstag ja das ist der 20 april 1939 danke schön das habe ich eingetragen und jetzt bräuchte ich noch die versicherungskarte ist eine versicherung drauf von der versicherung und ihre versicherungsnummer eine versicherung von der versicherung ja da muss ich mal nachgucken vielleicht habe ich das ja in portemonnaie drinnen weil das braucht man ja glaube ich auch nicht aller tage wenn man zum arzt geht ja wenn der arzt ins haus kommt ja das macht er öfter mal der schlawiner da kommt ja im prinzip ja nur noch wenn wir schokoladenkuchen backen ja ja im prinzip auch eine form der räuberischen erpressung aber ich will mich da ja nicht wieder mit mit der justiz anlegen gottes werden er macht das ist ja ziemlich brutal gewesen damals ja dann mag er ihren schokoladenkuchen ja bis ich ihn die könnte ihn jetzt ja sagen was wir da dann immer rein tun aber das würde doch denn wenn sie es keinen verraten nicht etwas ich esse keinen kuchen naja das ist ja das ist ja auch nur das rezept für den doktor im prinzip weil ich habe auch das gefühl dass der scharf auf meine frau ist und da wo man das ich war normal diese schokoladen linsen anbringt da dekoriere ich ja im prinzip immer mit kaninchenkörtel mit getrockneten aber er merkt das gar nicht das ist ja im prinzip meine größte freude dann wird der ist ja im prinzip auch hier in der straße das dann mit dem teleskop zu beobachten wenn der das dann zu hause zu sich nimmt mit seiner frau sie ist ja im prinzip dann ist eine form der genugtuung für die spritzen und dergleichen ja ja jetzt logisch was möchten sie bitte die versicherungsnummer von der krankenkasse welche bei welcher krankenkasse sind denn wenn ich fragen da bin ich mir gar nicht mehr so sicher weil da hat jetzt an ist heute ist mittwoch ne hier ist montag montag ja dann hat wenn heute montag ist dann da jetzt muss ich mal überlegen dann ist das an also von heute an wenn wir jetzt mal davon ausgehen dass heute mittwoch ist dann hat an montag ja im prinzip da so ein junger mann angerufen der braun hieß der glaube ich und er hat mich ja im prinzip davon in kenntnis gesetzt dass ich bei der krankenkasse ja im prinzip immer zu viel bezahle und er wollte da im prinzip sei ja eine eine verbesserung der konditionen für mich erreichen woher weiß ich denn jetzt welche agentur da jetzt für mich zuständig ist also sie haben dann eine krankenkarte und da steht das drauf ihre karte von der krankenkasse ja und sollen sie die nummer haben na klar die brauche ich die die beiden nummern die da draufstehen die brauche ich ja das ist ja im prinzip ist das 0 4 1 9 1 3 1 1 1 6 das ist jetzt ja im prinzip die bankleitzahl gewesen und dann kommt die bankleitzahl brauche ich nicht ich brauche doch einfach nur die versicherungsnummer die ist auf der karte drauf als ja das steht gültig bis 2009 10 das sind nicht die relevanz für sie nicht die kontokarte die krankenkasse karte ich dachte sie wollen das von der pflegeversicherung haben nein von der krieg zum beispiel ich bin beide barma manche sind beide auka sind badner aus baden-württemberg nein ich bin bei der barma ja was was ist das denn dass eine krankenkarte aber ich brauche die versicherungssumma von der krankenkasse ich habe schon ganz vergessen wovon wir jetzt gesprochen haben zwar ihre krankenkarte ja ja richtig und was kostet das überhaupt jetzt ist noch gar nichts das hat der inder damals auch gesagt und dann hat mich das fast das leben gekostet jetzt kostet hier gar nichts nur überwindung und ein bisschen zeit sehe ich das richtig richtig einfach nur die karte da ist in zwei nummern dran vorne wo das bildchen ist ja das ist das hat das als ich das damals das ist ja eingeführt worden dass man da so ein bescheuertes foto einschicken muss und dann dieses das ist erst aufgefallen als ich mal ins klinikum musste da habe ich im prinzip weil ich wollte ja nicht dass jeder mein bild sehen kann weil das ist ja privatsphäre da habe ich damals ja im prinzip ein bild von herrmann göhring da eingereicht und die haben das tatsächlich abgedruckt und in der klinik ist das dann aufgefallen da ist dann auch wieder die polizei gekommen ich brauche einfach nur die versicherungsnummer ja soll ich soll ich ihnen das ja im prinzip auf den fax legen nein die müssen sie mir bloß die nummern durchgeben nur die zahlen ja das ist ja im prinzip die alte landstraße 91 die habe ich ja ja auch von der krankenkarte die nummer ja das ist ja sieben sechs fünf drei vier sieben sechs fünf zwei vier nein drei vier das ist baden baden und das habe ich doch ja sehr gut dass du die postleitzahl ich brauche die versicherungsnummer ja das habe ich ihnen schon mehrfach gegeben nein sie haben ihre bankleitzahl gegeben und wollten sie zuerst die kontonummer haben nein die kontonummer brauche ich nicht ich brauche nur die versicherungsnummer für eine krankenkasse von der versicherung ja das ist 040 431 970 und ihre versicherungsnummer fängt mit dem buchstamm an dann kommt noch 793 aber warum sie müssen doch ihre eigene telefonnummer kennen warum muss ich ihnen die sagen ich will doch nicht die telefonnummer ich will eigentlich nur die krankenkasse hatte die nummer sprechen sie denn da bitte ja das geht ja im prinzip um die bankleitzahl es gibt nein die will ich doch gar nicht alle haben wir mal bitte mit das dann ist das noch die damen ja das ist eine junge frau kann ich mit der man bitte sprechen ja aber warum denn ich würde einmal kurz sprechen hallo bagatov wer ist da hallo mein name ist die frau bürgit scherzer von der kohablum ja also ich möchte ich brauche von herr otter keine kontonummer ich brauche keine bankleitzahl ich brauche einfach nur von seiner versicherung von der krankenversicherung die nummer also anrufe hatten wir heute schon zweimal rufen sie auch aus bosnien an oder aus türkei wir rufen nicht von der türkei an wir rufen auch nicht von bosnien an ich rufe aus hamburg an aber steht auf robinson liste aber ist egal oder egal also ich melde mich morgen noch mal ja was ist morgen denn anders ja weil ich muss jetzt auch gleich feierabend bei 18 uhr ja mein bus warte ich muss mit ein bus mit dem bus kind bus kind dann lass es schnell machen was müssen sie haben gibt ich möchte aber auch einfach die versicherungsnummer warum er möchte gern die kreis ich bin ich von der firma kura blue was macht das firma es geht in hier oder stehen pflegehilfsmittel im wert von 40 euro monatlich kostenlos zu also doch klar und er möchte ich bin ich von der krankenkasse nicht ja und ich bräuchte mal seine krankenversicherungsnummer und von der krankenkasse und was wird dann passieren junge frau dann kriegt dann kriegt er ein schreiben von uns ich mache das alles fertig das schreiben kommt nach hause zu ihm da kann man alles noch mal durchlesen dann schickt man das das kostet kein geld das konnten hier in die klinik oder wohin kommt das ist eine klinik jedes kinder nervenheilanstalt ach so und dann brauchen wir das da nicht hinschicken was haben sie denn haben sie schnuller oder windel oder wir haben keine schnuller wir haben kein windel wir haben einweg einmal handschuhe ja da müssen ja müsste ich hier müssen sie da mal anrufen bei uns bei kura blue das klingt gut ich habe möchten sie können hier mit herr alter ist mit bemalten handschuhen bezahlen werde ich habe in 30 stück kein problem ich muss es ist feiern machen wir haben weiter verhandeln wir machen morgen weiter ich möchte mich morgen noch mal können sie bei sollen wir 16 uhr noch mal anrufen mache ich gerne gut und dann werde ich bis dahin was haben sie für die blingstier und dann wird herr alter für sie einen hund auf eine hand schon wollen das ist gut sehr gut da freue ich mich das ist sehr gut dann können wir morgen wieder sprechen vielleicht mal ich auch was für sie dann freue ich mich super bis morgen